Wahnsinn! Bro, Spike Bridge. Verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach. Mann, alles zu wissen über den Ork, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht. Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fang gerade erst an. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir's wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis. Dann muss er zu uns kommen. So, jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Gummer dich, Hermin. Lass gut sein, Robin. Alles klar. Keine Ahnung, wo ich sein werde. Mann, ein paar echte Schwergewichte sind in der Stadt. Mit einer riesen Kohle. Nein, danke. Klingt nach Ärger. Ja, Mann. Man weiß nie, wer dahinter steckt. Besonders bei diesen Outlaw-Typen, die die Straßen unsicher machen, könnte jeder sein, Mann. Auch unser neuer Freund hier. Oder Spikes Liebling Magnus. Hey, keine Witze darüber. Die falsche Person hört mit und wir sind alle geliefert. Alles klar. Ich erzähl euch mal was über Magnus erst. Ja, ist gut. Wir haben das schon tausendmal gehört. Also, wer ist fürs Longhorn? Wer nicht? Komm, ich geb dir einen Vorsprungsbike, damit du üben kannst. Leck mich. Was? Hey, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Ja, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Ja, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Ja, du brauchst gute Traktion für das Bergrennen. Mal sehen, ob dein Wagen gut genug ist. Das war's für die Sekunde, das ist ein sehr, 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 sehr. Untertitelung. BR 2018 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 Ich mach nur Witze, sonst nix. Tja, aber keiner lacht, Menno. Verstehe. Wie gesagt, tut mir leid. Passiert nicht nochmal. Cool? Okay. Hey, Nubi. Nimm dich in Acht. Ames ist ein zäher Brocken. Halt den Mund. Hast du nichts zu tun? Ja, klar. Ich seh euch beide später. Ich bin in der Garage. Komm rüber. Wir haben da was zu besprechen. Ja, ich bin da. Und das ist ja, ich bin da. Ich bin da. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier. Nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase zwei, okay? Hier, unser Nakai-san. Er war ein Streetracer, wie wir alle. Und jetzt reist er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden.